Fahrgefühl ist sehr ruhig, also der Wagen liegt gut auf der Straße, ist auch extrem leise. Man hört kaum Fahrgeräusche und fehlt halt auch sehr komfortabel, also macht wirklich Spaß. Vor allen Dingen hat er hier auch gerade auf den relativ oder teilweise doch schlechten Straßen hat er ein echt gutes Fahrwerk, tolles Auto und in der Klasse glaube ich besetzt er schon Maßstäbe. Ja gerade aus so den kurvigen Strecken, der ist echt also super wendig, dass man richtig die Kurven auch irgendwie ein bisschen cool nehmen konnte, das war echt klasse. Dynamisch, agil und sehr wendig. Der ist sehr schön gefahren, hat mir sehr gut gefallen, das war klasse. Fährt sich sehr angenehm, leise, man kann ihn durchaus auch sportlich fahren, wenn man möchte, also alles in allem wirklich ein gut abbestimmtes Auto. Egal ob auf der Autobahn, Landstraße oder in der Stadt, der Fahrwerk hat sich immer gut gefahren. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020